Karte hat ja auch noch mehr auf der Map des Matches na super das ist ja ich finde ja danke abzuwärts halt alle oder es weiß ich weiß wir sind beide ähm Medikamente ich bin kein Medikall oder Medikator keine Waffen mit denen ich umgehen kann doch einfach das ist keine Waffe das ist ein trauriges bisschen fuck wie komm ich hier denn noch raus guck mal was ich in der Hand habe das ist Epi-Center wer hat C4 mit wo kommen wir raus C4 Borde ja geil Machen wir die Tür auf danke wieso spawnen wir in einem angeschlossenen Augen? und wer hat hier im Panzer? ich hab hier im Panzer wieso wurde ich gekillt? To ich bin... spiele ich hier auf einer anderen Map oder so? Ich hab noch keine Engine gesehen wer hat mich gekillt? oh doch das ist ein Panzer wer hat mich gekillt? Hallo! keine Ahnung hm vielleicht ist es ein Alpha klar ähm Spannend.de ich denke nicht was lassen wie du wirst zu lassen? ja ich mach mal Pause aber Squad Def bringt es auch echt richtig wenn P.E. nur aufs Weiß Gott besitzt ja Aua ach komm Alter Autsch endlich boah ich hab dich mindestens eine halbe Minute lang verfolgt ach du warst hinter mir ja ich steig jetzt so verkackt Alter hast du das jetzt löscht ja mein ganzes Squad aus ja ich denk's mir auch ah ne einer lebt noch achso vor dir liegt oh ist tot ist tot ist tot das war dann wohl eine von uns ach das war dann wohl eine von uns sollte nicht selbst abschießen haus ist noch einer der Spice wieder hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns ne danke doch da ist einer da ist immer noch einer hinter euch der kommt jetzt hier raus ach da ja und ich krieg da oben noch rum danke weißt du schon wieder diese Markkarte oh nein ach ach hinter dem Tresen sitzt ja das beißt schon wieder rum fuck bin gespawnd hier aber ja 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 hallo 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 alle tot ja gut wir müssen schön zusammenbleiben und taktisch vorstehen mit wieviel leuten ist man eigentlich in einem squad was ich glaub wir sind zu fünft oder ja fünf gegen ach Spice ach Mai ist auch dabei wollen nur vier angezeigt werden ja vier werden angezeigt ja bis später lauter ja und tschüss bis später was sind die alle wieso lauf ich eigentlich vor einer muss ja Opferlamm spielen der richtig ich kann euch einfach hinterher und knall einfach alle und wenn wir da zusammentreffen zwei große Haufen die alle stehen ja kann es sein dass ihr einfach nur Reis dreht oder so hier ist kacke lass uns umdrehen oh wir gehen zum Marsch zurück da vorne auf ihr geschossen wir wissen wo die sind wartet auf mich jetzt geht ihr doch im Panzer rein naja mein Scheiß Panzer stehen man ist doch Bullshit echt mal Fail Play ja hauptsache es weißt du wir gehen trotzdem rein was da vorne sind Leute da vorne sind da drin Achtung hier im Panzer haben wir einen Raketenwerfer oder sowas nope sie kommen von hinten hallo ja immer von hinten kommen müssen obwohl sie gleich noch nichts mehr gehabt haben Alter hä ach wir sind nur zwei Teams das ist ja blödsinn ja Autsch da hab ich doch die ganze Zeit gelabert hat doch mal da vorsichtig ah fuck oh da ist doch noch einer sag ihm mal ha 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 Achtung die sind da links die sind da links pass auf hinter uns oh der Level 100 ja kann ich dann irgendwann wieder spawnen bleib am Leben bleib am Leben danke ich bin noch ich glaube ich wechsle erst mal das Team so fuck fuck das Projekt nein nicht oh geil jetzt bin ich heiß was haha scheiße also kannst die scheiße am meisten Punkte zu machen ich geh gerade alle oh jetzt haben wir den Tank oder was das ist ja sinnfrei oh ja das ist halt immer zu machen ja sehr viel erst mal drin ja ich und alle zwei anderen kommt doch mal aus dem Scheiß ey ich sind die immer noch da in an der Ecke oder was da ist einer habt ihr euch gerade alles sehr hoch gemacht da Ich lach auch nur, weil ich was anderes... weil ich nicht heulen möchte. Oh herrlich, Alter. Ey, ohne Spaß, Alter, ich tue mich jetzt jetzt... und gegen Corsus, aber Corsus steckt nicht. Was ist mit mir? Corsus ist der Mitläufer, gehen wir jetzt zu den anderen, damit ich dich töten kann. Nein, ich bin jetzt... Projekt? Warum zum Henker habe ich mich gerade selber gekillt? Ach! Äh, keine Ahnung. Ich auch nicht. Danke! Ich bin gelaufen, gelaufen und 40 Schritte habe ich mich selber eliminiert. Oh, Lukas, verpiss dich, ey! Halt's Maul! Halt's Maul! High Spice! Nur auf meiner Cola, wenn die draufsteht. Autsch, was lebt hat er? Das interessiert euch nicht. Ich glaub wirklich nur mit. Da oben auf dem Müllberg liegt einer, der 100-Type hier. Feuer! Verdammt! Okay, wir haben schon... Es ist noch ein Squad offen. Achso, Maul ist ja hinter mir. Oh, oh. Ich retz dich! Okay, der irre Blick... Ja, retz mich auch! Ja, jetzt steigt dein Panzer. Du wirst mich verarschen, Alter! Fotos raus auf den Panzer! Nein, bleib da drinne! Gib's dir gleich! Ah! Das ist... Mach dich! Ey, ist der Pogatori doof oder was? Was verschießt du denn mit jemandem? Ist der bekloppt? Fotos, fach vor! Wer hat mich erschossen? Wer ist denn in diesem Scheiß Tank drinne? Komm los! Die Frau... Die Frau... Die Frau... Die Frau am Schluss! Hä, ja, fein! Weil ich noch grad ganz... Fotos! Fass! Alter, steigen aus dem Behindertenpanzer aus! Ey, was bist denn du für ein Mädchen, Mann! Haben wir gesagt, ohne den Scheiß Ding, oder? Habt ihr gar nicht? Nö, überhaupt nicht! Doch, zehnmal! Doch, lass uns überhören! So gehört! Ja, okay, dann... Ach, Projekt kommt von dem Haufen! Ja, eigentlich, du Pusse, ey! Ja, von dem Haufen! Au! Ich muss da mal... Hallo, lass mich doch mal sterben! Ich muss da gelegt, dass man seine eigenen Leute... Oh, das... Wenn die da alle in meine Kanade laufen... Nö, aber lebt aber auch alle wieder, also passt das doch! Boah, ich bin irgendwie nur... Projekt... Scheiße! Oh, da sind ja ein paar mal drei Leute! Wie erschießt ihr euch alle nur gegenseitig? Hab ich das Gefühl? Hab ich ja... Ja... Das ist standard! Ich hab das Gefühl, dass ich nur wiederbelebend bin! Keine Muni mehr! Hat nicht jemand zufällig Muni? Nope! Ach doch! Das hab ich wieder! Ach, ist überbewertet! Shit! Aber ich muss sagen, er trinkt wirklich OP! Okay... Alter Scheiße, du hast jetzt nur ein Erdbeben! Ah! Ja, na! Gott, dass Mutter kommt! Was war das denn gerade? Hä? Ein Erdbeben! Sind wir jetzt irgendwie auf eine andere Map oder so? Kann das sein? Nein! Ach, das war wahrscheinlich bei Alpha. Die haben Ferrari vorbeigedonnert hier. Sein Chauffeur bringt das Auto vom Putzen wieder. Ne, dass wir auf einer anderen Map sind. Sieht irgendwie ganz anders aus hier plötzlich. Ich hab gedacht, das ist doch nur die Wahrheit! Fuck! Ja, wer's glaubt! Alle tot! Wer's glaubt, hat nur Pülle im Kopf, ey! Was darfst du denn hier? Was darfst du denn hier? Was darfst du denn hier? Oh, ich hab zwei Seiten mit! Oben beim Pool! Nächster! Hier gibt's den Pool? Ja, hier! Poolparty! Poolparty hier, Mann! Im Pool einfach Granaten rein! Und Flammenwerfer und alles was ihr habt! Ich lieg irgendwo hinter euch! Danke! Was sind unsere Wiederbeleber? Keine Ahnung! Groß! Wir haben bestimmt gleich erschossen! Wir machen hier grad Leichenbach für euch! Geil! 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 Ich hab die Map von Spice gefunden! Die Map von mir? Achso! Oh, eins! Wenn du jetzt noch hinter uns definierst, dann wäre super! Äh, das für dich war das glaub ich, oder? Ne, für dich war das gar nicht gedacht! Ich bin jetzt inzwischen bei Cortus und Projekt! Achso! Ich hab keine Ahnung warum, aber ich hatte gar nicht kein Team mehr! Gut, merken, Mai kann ab sofort getötet werden! Oh! Er hat uns, er hat uns verraten! Deswegen bin ich so selten gestorben bisher! Bitte! Ja? Habt ihr den Platz? Ah! Schon wieder hinter uns? Ich hab keine Ahnung wo ich bin! Nein, 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 nein! Und nochmal hinter uns! Der steht auf meiner Cola Mandy drauf! Ach, das ist so cool! Dabei hab ich schon so lange nicht drauf! Naja! Ach hier! Irgendwo in Richtung Mond oder so! Ja, jetzt werde ich auch noch von dem ungeschlossen! Team! Team! Danke! Das kann doch nicht! Fein, dass du immer noch stehst! Was ist so ein Geier! Fall um, ey! Ah, Mei! Der war gut! Ich konnte ihn nicht wiederbeleben! Der war schön! Wieso spiel ich denn eigentlich mit diesem? Wieso spiel ich denn eigentlich mit diesem? Wer, 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 wer ist denn diese Poker-Tore? Wie bin ich mit dem im Squad eigentlich? Okay, jetzt ist ein 3 Squad! Ah! Ich weiß! Sie sind besser gegangen! Ich bin überhaupt nie gegangen! Ich hab mich überhaupt nie bewegt! Oh, Epic Fail! Ah, da oben auf der Mauer! Auf der Mauer! Auf der Mauer! Auf der Mauer! Das ist doch ein Geiler! Komm, wenn ich noch eine Belleber verschlagen! Da kann man doch gar nicht nur, oder? Ich glaub nicht! Moment, ich hab mal! Wo, wo ihr alle hin? Auf der Mauer! Auf der Mauer! Auf der Mauer! Liegt ne geile Wann! Ich glaub, ich sag einfach, kommst du hinterher! Ah, Hilfe! Wo soll ich hier hinterher laufen? Ich glaub, du laufen doch so! Irgendwie laufen alle 3 vor! Wir laufen alle 3 vor! Haha! Bisher in der Spür! Okay, doch nicht hinterher! Bisher noch weit! Oh! Nee, da geht's nicht lang! Wo ich... Wo zum Henker will ich hier! Okay, ich lauf hier hin! Ihr könnt mir folgen, wenn ihr wollt! Nee, danke! Hört mich! Wartet, bleibt mal kurz stehen! Dann kann ich euch heilen! Ja, Herr Mai! Ja, ja! Ich hab euch gefunden! Ja, wo sind wir? Das ist... Das wirkt wirklich irgendwie nach oben! Es ist... Irgendwer in meinem Squad, der verbal mit mir kommunizieren kann! Haha! Wir haben ja schon beim letzten Event gespielt! Die Karte! Ja, haben wir! Ah, das ist... Irgendwie komme ich noch voll aus, wenn ich die ganze hier alleine rumrenne! Ach, der liegt ja noch im Dreck im Tunnel! Der Typ! Tunnel Richtung Haufen! Richtung Schotterhaufen! Da hab ich viele Sonnheitspunkte gehabt! Vorsicht! Ja! Danke! Da ist ja noch einer verlaufen! Ach! Mustang! Da ist ja noch einer hinter mir! Projekt! Jo! Ich hab mich erwischt! Wo bist du denn? Ach, komm! Ach so, welchen Grund wusstest du, dass ich da bin? Bin tot! Sag mir, du hast mich gesehen! Nee! Irgendwo fielen da noch Schüsse und... Na, aber nie von mir! Ich hab einen Schalter drauf! Ach so! Dann hatte ich jemand anderes verraten! Oh, er hat eben schon wieder! Dort wird's verraten! Ich hab nur jede Ecke abgesucht, bis ich dich gefunden hatte! Oh! Oh! Der Typ hat unten nur was zu nehmen! Oh, kann der mal aufhören mit diesem Geflame? Ich darf den ganzen Scheiß nachher rausschneiden! Oh, der Benz liegt doch einfach, wenn der nur Scheiß! Ja, das ist schon wieder her! Ach, übrigens bitte Projekt! Okay! Kein Problem! Was? Du hast mein... Aua! 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 Scheiße! Ach komm! Ja, komm! Ach, nur einer bei hinten! Wie kommen die denn alle her? Ich hab' mir von zwei Squads eingekippt! Nicht gut! Oh, mein Gott ey! Ich bin... nur am krepieren die ganze Zeit hier! Oh! Schöne Grade! Wurfen lange nicht mehr so aus! Oh, ich hau abige! Ich sag mal da oben erstmal sammeln! Rechts rum, genau! Da Spice! Da Spice in dem Gang! Pssst! 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 Ja, ja! Genau da! Ja! Wo ist unser Squads hin? Und alle tot! Oh! Äh, Richtung... Richtung Schotterhaufen würde ich mal sagen, oder? Total komisch, aber ich würde einfach mal kurz... Ich jag gleich zweit mit mir OD-Bot! Hm! Mach den Bot aus! Höhöhöh! 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 Ah! Ah! Ich sag mal... Oben beim Tunnel, wo wir gerade reingekommen sind! Ja! Vermut ich mal! Wo links von uns ist das los? Da sind vier Leute, wo ich gerade bin! Ja! Genau da! Da kommen noch welche! Oh! Ganz scheiße! Das ist richtig... Ja! Das ist richtig... Scheiße! Ja! Nein! Ja! Alle aufgesammelt? Jo! Dann würde ich sagen, weiter in die Ecke, wa? Ja! Ja! Ach ja! Das ist unser Bot, ne? Ah! Danke! Halt doch um, ey! Das war ein M416 Noob! So! Hätte ich aber voll gegeben! Du Noob Noob! Ja! Wie viel kann man in den EOD-Bot fliegen? Weil das ist ein EOD-Bot! Seit wann kann man mit dem Teil fliegen? Das kann ich auch eben gerade! Ah! Hab ich keinen Treffer! Ach mei! Wo bist du denn schon wieder hergekommen? Keine Art! Ich fliege gar nicht! Ja klar! Wir sind alle vor mir runtergesprungen hier! Achso! Wo seid ihr denn alle? Jetzt klopfen! Vorsicht! Oben! Wir fliegen Raketen rum! Ich hätte euch gerade wiederbelebt! Ah! Wir werden jetzt alle wieder aufstehen! Nein! Nein! Und jetzt bin ich G-Team-Kill-Warm! Ah! Ich wollte denen nur wieder... Was soll ich geben? Einfach blind durch die Blätter und einmal zurück! Ich... Ich rette euch alle! Oh ne! Wieso? Irgendwo riechtern alle dran! Die grauchen alle irgendwie auf dem Boden rum! Ah! Behindert ey! Wir werden hier nur sterben! Oh! 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 Wir sind bei uns mit 2-2! Das ist ja traurig! Ah! Scheiße! Wow! 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 Vielen Dank.